Ich bin Balthasar, ich bin 24 Jahre alt. Ich identifiziere mich als nicht-binär, asexuell und auf dem aromantischen Spektrum. Wem hast du es zuerst erzählt und wie hat diese Person reagiert? Das ist ganz schwierig zu sagen, weil ich halt eben so viele verschiedene Orting-Schritte durchgemacht habe. Ich gar nicht mehr so genau sagen kann, wo das eigentlich angefangen hat. Aber ich glaube, es war für mich schon so, dass ich relativ am Anfang halt so mit 14 dann schon sehr offen mit meinem ganzen Freundeskreis drüber geredet habe. Also mit verschiedenen Leuten auch, weil eine gute Freundin von mir zu der Zeit sich auch als lesbisch identifiziert hat. Und auch insgesamt, dass in meinem Freundeskreis irgendwie ein sehr lockeres Thema war, wo also wenige Barrieren oder Tabus da waren. Und da habe ich mich einfach relativ schnell auch sehr sicher gefühlt, darüber zu reden. Und kann mich jetzt aber gar nicht genau erinnern, in welchem Kontext ich jetzt wem was zum ersten Mal erzählt habe. Ja, weil das eben einfach so relativ normalisiert war in dem Umfeld, wo ich mich bewegt habe. Wie hat deine Familie auf den Coming-out reagiert? Sozusagen mein erstes Coming-out hatte ich vor meiner Mutter, als ich 16 war. Und das war eben damals noch, als ich das Label Bisexuell verwendet habe. Und ich war ziemlich verknallt in so ein Mädchen, die ich über das Internet kennengelernt hatte. Und das ist aber alles ganz furchtbar schief gelaufen. Und mir ging es ganz furchtbar schrecklich. Und meine Mutter hat das mitgekriegt. Und ich wusste, ich muss ihr jetzt irgendwie sagen, wieso es mir so schlecht geht. Weil ich gemerkt habe, sie will mir helfen. Und ja, da habe ich mich quasi sozusagen das erste Mal von meiner Mutter geoutet. Und das war überhaupt kein Problem. Also das war total unkompliziert. Sie war auch einfach sofort von Anfang an nur für mich da und so. Und hat auch immer gesagt, es ist das Wichtigste für sie, dass es mir einfach gut geht und dass ich glücklich bin. Und das hat sich eigentlich so über die Jahre hinweg, egal als was ich mich identifiziert habe, immer so mit durchgezogen. Und ja, war für mich total der wichtige Rückhalt. Und auch jetzt Anfang oder Mitte dieses Jahres etwa, habe ich mich vor ihr eben auch als nicht-binär geoutet. Und habe ihr auch gesagt, dass ich jetzt eben als Balthasar bezeichnet werden möchte und andere Pronomen haben möchte. Und auch das war halt ein total unkompliziertes Outing. Also klar, meine Mutter kämpft auch irgendwie so ein bisschen damit. Und versucht halt auch zu verstehen, was das bedeutet. Und für sie ist es, glaube ich, auch irgendwie schwierig, Abschied zu nehmen sozusagen von meinem alten Namen und meiner alten Identität und so weiter. Aber sie unterstützt mich halt auf jeden Fall und versucht auch zu verstehen. Und das ist halt so echt das Wichtigste für mich. Und ja, also bei meinem Vater ist es halt schwieriger. Der hat da wirklich kein Verständnis dafür. Und kann damit überhaupt nichts anfangen. Deswegen also, so meine ersten paar Outings hatte er halt immer noch mitgekriegt, aber halt auch nie. Also thematisiert oder so. Er kann da nicht gut drüber reden. Aber zum Beispiel inzwischen, also als nicht-binär, bin ich auch gar nicht bei ihm geoutet und so. Und sehe auch da irgendwie nicht so die Notwendigkeit darin. Weil ich da irgendwie das Gefühl hätte, ich würde da Energie reinstecken, die es letztendlich nicht wert ist.